Es ist halt schade, dass die glauben, die können das gegen uns aufnehmen. Das finde ich halt traurig. Was man beobacht, Alter. Jetzt wird geregelt. Links. Nice. Schön, die Laber, ne? Ah, shit. Shit, fucking locker. Was ist das Oden jetzt? Ah, Stumke. Die Hodenwaffe, Alter. One down. Links ist weg. Wir haben eine Faust. Fisting wird activated. Ja, shit. Null. Fucking Clubs. Jetzt, wo er weiß, dass ich ihn höre, kam jetzt nichts mehr. Ah, fucker, shit, left tight. Oh nein, ich sterbe, glaube ich. Nein, doch nicht. Ich gehe über die Smoke vor. Ich bin gleich bei denen. Bin direkt bei denen. Ich rush einen. Jo, ist weg. Ich habe sie gerusht. Er rusht mich jetzt auch. Okay, das war's. Wir angerusht, komm. Ö. Beide. Nice. Direkt nochmal eins. 2x3 in Folge. Easy win. Boah. Gegenkommt ohne Spieler. Ah, das ist schon mal. That's my jam, dude. That's my jam. Alter, die Fall. Die muss ich öfter spielen. Junge. Pistol. Locker, man. Komm, dagegen haben sie. No chance. Das ist idyllisch, du Sperling. Ach, gut. Tee, die Gegner. Ich auch. Shit, Wall-Hack ist wieder weg. Fuck, Twitch-Bahn doch nicht. Oh mein Gott. Hier kann man richtig hoch, hier links. Ja, geil. Ist er noch alive? Ja. Bei mir ist er. Letzter. Hat. Nice. Alter, das ist richtig geil. Da kann man fette Aufnahmen mitmachen. Ne, mit dem Modus. Rechts hat ein Hitman. Ist weg. Oh, er hat richtig die Fresse poliert bekommen. Ja, bei mir. Alter. Left side, one shot. Boah, schluck. Das ist jetzt halt einfach der Wind, Sperling. Wir kommen ja nicht drum rum. Ja, in meine Mine rein. Das Hintenfall ist so nice am Schluss. Das ist jetzt die Diegel hier, ne? Ich denke, damit werden wir keine große Probleme haben. Beide bei mir. Oh, oh, oh. Ah, nice. Sehr schön. Weg. Noch einer direkt gegenüber von der Map. Er kommt auf dich zu. Was ist Hitman? Ja, nice. Hacker. Hacker. Dude. Raus. Wie so zwei Vollidioten. Digga, ich wackele mich selbst ab. Man kennt ihn ja, ne? Den Sperling. Wenn ich wüsste, wo du bist. Ich flash vor dich. Oh ja. Hast du gesehen? Nice. Schachmatt. Ich setze sie, Schachmatt. Er ist weg. Analwackel, Peter 1, zerstört. Hitman, rechts von mir. Incoming, brah. On my six. Mr. Sir, bleiben Sie bitte stehen. Oh Gott, nicht hingucken, was ich gemacht habe. Nicht die Wiederholung anschauen. Fließt uns, guck. Die spließen uns. Hättest du es davor sehen müssen? Aber das hat jetzt zum Glück gar keiner gesehen. Ich könnte ja sterben für Gulasch. Er miliniert unsere... Alter, haben wir eine Glocke? Ja. Du, ich rasch die jetzt einfach, ne? Alter, fucking easy, mein... Knifte! Ah, scheiße! Das war jetzt nicht so gut. Ich habe aber auch ein Knife geworfen. Ich verdrosselte Bock. Guck mal. Ich glaube, ich habe dir keine Sorge. Neusty! Ich rieche Blut. Ich rieche Blut. Wie er noch tiefer in den Boden reingesunken ist. Putz! That's my jam. Oh, das ist nicht my jam. Hey, es häkelt da aber rein. Wir ins Herz, Neugschosser. Boah, der arme Kerl. Boah. Richtig gebrezelt, doch. Richtig gebre... Was ist denn das jetzt überhaupt im Leben von jemandem drin? Berling, der hebräische Krieger. Guck dir mal den Keller an, brah. Look at this dude. Das ist gutes Deutsch. Ne, oder? Ne, beide links oben. Und sie hocken miteinander, ineinander. Zusammen. Er kennt mich ab, die Wunz. Und schafft es trotzdem nicht. Schöne Arschung, Kröster. Gutes Wille, Herbert. Der Nova-Klan einfach zerstört. Boah, 146. Da, Boden staufen. Das muss ein richtiger Fockel sein. Freienbar arbeitslos. Hat wahrscheinlich nie auf der Zähre aus, der Kackfleisch. Weißt du, was war war? Bin aber auch bei 30 Sperling. Gefährlich, gefährlich. Kurz die Flaschen kaputt geschossen. Es hat mich so gezickt. Du kenn ich einfach nix. Okay, gut. Aim war jetzt nicht so prickelnd. Aber dafür ist mein Banner hübsch. I'm right. Einer ist noch am Spawn. Müsste Ulau sein. Nice, man. Er ist direkt hinter dir. Das ist so geil mit dem Modus hier, mein Sick. Boah. Easy den Fockel weggemacht. Ah, dieser Sack. Ach so, Misty. Ach so. Pass mal auf, was ich jetzt mach. Guck mal. Who on the tactics? One on one. Alter, ich fühl mich schon wie so ein Dummkopf. Ich muss hier raus. Schon wieder unsichtbar irgendwo. Ja, ich weiß, wo er ist. Hinter dem Auto. Guck mal. Geil, hat er eben direkt im Rang aufgestiegen. Ja, keine Ahnung. Da kommt einer. Klaus, 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 Klaus. Links neben dir. Loll, ich hab's Molly unten hingeschmissen. Der Stein oben. Einer links im Häuschen. Ist weg. Der andere ist blauer Container bei denen hinten. Boah. Wo wurde er hingeguckt? Hat er den Boden angeschaut? Keine Ahnung. Der hat den Stein einfach vor mir angeschaut. Ein Stein. Oh, oh. Wir brauchen noch eine Runde, ne? Letzte Runde jetzt. Mit dem roten Container drin. Er hat zwei Hits. Ich bin drin im Container, unten drunter, meine ich. Er ist direkt drin. Ist weg. Und der andere ist links da oben auf dem Holzding. Er hat einen Hit. Noch ein Hit? Er ist weg. Läuft. Er hat einen Hit. Oh, oh. Bis zum nächsten Mal.